So, zurück im Video Teil 2. Wie ihr alle bereits wisst, geht es immer noch um den 3.30 Diesel F31. Ich bin jetzt aktuell auf dem Weg zum Leistungsprüfstand. Werde allerdings vorher noch den Mario in Walderstadt einsammeln. Er wird heute wieder wie gewohnt mitgehen. Wird dazu gleich wieder mein Freifahrer sein. Ja, es gibt viel zu sagen. Wir haben einen F31 3.30 D. Das wisst ihr ja schon aus Teil 1. Wir haben 258 PS und 560 Nm. Der Kunde hat hier einen Pflegeservice bekommen. Das heißt, Ölwechsel, Filter, In- und Abfilter, etc. pp. Neue Bremslösigkeit und und und. Und Video-Thema oder Hauptgrund dieses Videos ist nicht der Kundendienst, sondern natürlich das Thema Leistungssteigerung. Das ist hier erfolgt. Und da wollen wir jetzt testen, was auf dem Leistungsbestand nachher rauskommt. Ich habe es im Teil 1 schon angesprochen. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, je nach Steuerung vom Fahrzeug, ca. 300 bis 310 PS um 640 Nm. Entschuldigung, 640 Nm. Das ist das Ziel. Die VMAX erhöht sich auf knapp 270. Habe ich auch schon gesagt, dass da mehr mit dieser Übersetzung leider nicht möglich ist. Das Auto kennt ihn natürlich mehr, aber es geht einfach nicht. Und ich denke, das reicht auch. Wir haben hier einen schönen Kombi mit einer passablen, beziehungsweise mit einer sehr guten oder hochwertigen Ausstattung. Wir haben einen Abstands-Riegeltempomat. Wir haben Spurverlassungswarner. Wir haben einen toter Winkelassistent. Wir haben die 8-Gang-Automatik mit den Schaltpedals. Eigentlich haben wir alles, was das Herz begehrt in dem Auto. Thema Leistung würde eigentlich Serie auch reichen. Ich finde, der läuft Serie richtig gut. Also ich bin positiv überrascht. Aber der Unterschied jetzt zur Software ist, da brauchen wir gar nicht wieder drüben streiten. Der läuft viel geschmeidiger. Die Beschleunigung ist viel, viel direkter, viel, viel schneller, zügiger. Schon im unteren Bereich, im Teillastbereich. Das ganze Auto ist einfach agiler. Das ist immer das Thema bei dem Thema, wenn man eine Softwareanpassung vornimmt, dass das Auto sich eigentlich fährt wie ein Neuwagen. Wie wenn das gar nicht dieses eigentliche Auto wäre. Obwohl man ja im gleichen Fahrzeug sitzt. Das heißt, das ist ja in dem Fall nichts anderes. Aber es fühlt sich einfach nur genial an. Ich bin jetzt nur mal gespannt, was der Kunde sagt heute Abend, wenn er sein Fahrzeug wiederbekommt. Aber ich denke, dass er positiv überrascht sein wird von dem, weil er hat sich da mehr oder minder überreden lassen. Eigentlich wollte er gar keine Software. Nein, nicht ich habe ihn überredet. Ein Freund von ihm hat ihn überredet, dass man das machen muss. Das muss man dazu sagen. Bin ich mal gespannt, ob er das überredend bereuen wird. Aber ich glaube es nicht. Ich denke, dass er sehr zufrieden sein wird. Dass er sich freuen wird auf den kleinen Leistungszuwachs. Und jetzt würde ich sagen, jetzt fahren wir noch ganz gemütlich zu Mario. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit noch ein paar Meter. Und ja, was ich gesagt habe, dass ich euch noch ein extra Video mache über das Thema Fahrerlebnisschalter. Das werde ich auch noch machen. Allerdings werde ich dazu in dem Fall meinen X3 nehmen, also unseren Geschäftswagen. Da haben wir das einfache, weil das Auto da habe ich mehr Zeit, um euch das Video ausführlich zu machen. Und jetzt werde ich mal schauen, ob ich das vielleicht am Wochenende für euch hinbekomme. Was wir auch noch schön durchgehen können, ist das Thema Surround View. Da können wir noch ein Video drüber machen. Das sind einfach so die Gimmicks, wo ich sage, wo man eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht braucht. Wenn man sie hat, dann nutzt man sie halt, sage ich, trotzdem. Und dann merkt man halt doch manchmal, wie dankbar oder wie schön es ist, wenn man diese Gimmicks hat. Das sage ich mal ganz vorsichtig, auch über das Thema toter Winkelassistent, wie das Thema Spurverlassungswärmer oder das Thema Abstandsregeltempomat. Eigentlich braucht man es nicht. Wenn man jetzt ein Fahrzeug kauft oder als Vorführwagen kauft, der das schon hat, so wie der hier, dann, sage ich mal, dann nimmt man das einfach in Kauf. Und probiert es halt mal aus und dann fällt einem doch auf, ist gar nicht so schlecht. Das hat seine Funktion, das macht Sinn und dann nutzt man das auch. So sehe ich das genauso. Und Thema Abstandsregeltempomat zum Beispiel, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist oder als Geschäftsmann Stop and Go im Stau, im fließenden, langsam fließenden Verkehr, macht das schon Sinn. Also da ist es natürlich so, dass man sich dann ein bisschen, sage ich mal so, konzentrieren muss und sich trotzdem noch, aber man kann sich ein bisschen entspannen, sage ich mal. Ja, man muss jetzt nicht selber bremsen, Gas geben, bremsen, gucken. Das finde ich eigentlich schon ganz gut, was man da in der Zwischenzeit für Systeme im Auto hat, für Assistenzsysteme, sage ich mal, weil die, das man vor 10 Jahren, 15 Jahren so in dem Maße nicht gehabt hat, wo da die Entwicklung hingeht, noch mal sehen. Das Thema jetzt im neuen A8 im Ateon mit dem mehr oder minder halbautonomen Fahren ist auch ein Thema. Ich persönlich finde es gut, ist halt immer nur die Frage, was ist, wenn mal was passiert oder was ist, wenn das System ausfällt, was passiert dann? Und die Frage muss man sich halt auch stellen, bis jetzt war ich ja mit Mario schon mit dem Paulus unterwegs, im Ma8 waren wir unterwegs, im Ateon. Da haben die Systeme einwandfrei funktioniert, aber man hat dann auch schon andere Tests gesehen, sage ich mal ganz vorsichtig. Da geht man es aber mal gar nicht weiter drauf ein. Und jetzt würde ich sagen, ich fahre jetzt rüber zu Mario und sobald ich drüben bei Mario bin, nehme ich euch mit raus. Und dann geht es los, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ja, ich bin jetzt beim Mario angekommen. Der Mario hat gerade noch eine Auslieferung von einem Auto, wo er den Lack veredelt hat. Und sobald er da fertig ist und das Fahrzeug an den Kunden übergeben hat, gehen wir los nach Wernau, zu Henni GmbH, zum Leistungsmessung machen. Mario wird gleich hier auf dem Beifahrersitzplatz nehmen. Und dann geht es weiter im Video. Dieses Video komplett hinfahrt, Brüchstand, Rückfahrt, seht ihr bei Mario auf seiner YouTube-Seite, in dem Fall die Schwaben Checker. Da würde ich sagen, ciao. Ja Mario, was geht ab? Checker-Freunde, Car Street Performance, alias Kevin, allein zu Hause. Ich bin da wieder dabei, Mario, Schwaben Checker. Mario, wo gehen wir hin? Wir fahren zur Henni Performance nach Wernau, auf der Leistungsmessstatt. Vollkommen richtig. Was haben wir denn für den Auto dabei? 330 D, F31, 258 PS, 3 Liter, 560 Newtonmeter. Du hast aufgepasst. Das ist vollkommen richtig. Ja Mario, Glückwunsch. Ja, was haben wir gemacht? Leistungssteigerung, diesmal nur eine Software, die Hardware ist komplett Serie. Okay. Ziel, sage ich mal ganz kurz, Werner Pass, 640, 650 Newtonmeter. Sollte realistisch sein. Alles was on top ist, schenken vom Kunden, sage ich mal ganz vorsichtig. Da kann man sich dann freuen, in Anführungszeichen. Das war die Schwaben, was auch gut. Ja genau, die Schwaben freuen sich, wenn das oben drauf kommt. Und ja, gefühlt Unterschied. Du merkst ja, wir können gleich noch mal schon ein kleines Video machen. Ja, gehen wir mal runter, jetzt haben wir gerade frei. Vor der nächste Blitze kommt. 80. Oder fahren wir aus 100. Ja, genau so. Jetzt wollen wir bei 100. Hier ist es. Ja, hier ist es. Der Fahrer ist jetzt oben raus, kommt auch nochmal ein guter Zug. Jetzt sind wir bei 160. Ja. 70. Jetzt kommt der Druckpunkt. Jetzt der Druckpunkt ist brutal. Jetzt sind wir bei 200. Das lassen wir jetzt mal gut sein. Gut. Im Vergleich zur Serie. Deutlich agiler. Deutlich spritziger. Gerade das, was wir haben, das Drehmoment liegt viel früher an. Wir haben mehr Drehmoment zu einer früheren Zeit und zur gleichen Zeit, sage ich mal, wie jetzt. Das heißt einfach, er ist unten raus viel agiler, viel sportlicher. Polizei, ja, anständig fahren. Das merkt man halt auch einfach. Das ist halt komplett anders. Ich merke das jetzt schon. Was natürlich auch so ein Thema ist ja auch noch die Spritersparnisse durch, dass wir weniger Volllast fahren müssen. Genau. Dass wir im Teillastbereich einfach schon unten raus mehr Drehmoment haben. Das heißt, wir haben eine weniger, ich sag mal, Gasstellung. Ja. Das gleiche Drehmoment. Ja. Und somit haben wir einfach diese Spritersparnisse. Du musst weniger Gas geben, um auf die gleichen Werte zu kommen. Genau. Und das ist einfach so. Da haben wir unsere Freunde von der Polizei auch hier mal einen lieben Gruß, gell? Der ist ein Rennen. Ja. Mahlzeit. Ich meine, die Ersparnisse, die ist im Teillastbereich definitiv da. Und merkt man natürlich deutlich. Ja. Und da ist halt so das Thema, manche machen das Software nur aus dem Grund. Das nennt man dann Eco-Optimierung. Das heißt, man geht mit den Werten nicht an die Grenze. Dann ist natürlich die Spritersparnisse noch mal größer, wie bei einer normalen Software-Optimierung. Aber wenn man im Teillastbereich die gleichen Fahrwerte nimmt, wie wenn man da vorgefahren ist im Teillastbereich, dann hat man auf jeden Fall eine deutliche Ersparnisse. Da reden wir von, man sagt immer so 8 bis 10 Prozent. Wenn man eine Eco-Optimierung macht, dann kann man das noch steigern. Also dann passt man die Werte nicht ans Limit an und an das Maximum, was machbar ist, haltbar. Sondern eher auf dieses Thema untenrum, schöner Drehmomentverlauf, dass er einfach da sauberer rausläuft und einfach noch weniger Sprit macht. Na dann, ne? Ja, das kann jeder so machen, wie du es machen möchtest. Ja, das haben möchtest, genau. So, gut. Ja. Also ab zu Wernau, sage ich. Ab zu Henny, nach Wernau. So rum. Bis nachher. Bis nachher. Ciao. Ciao.